Deutsche werden wir gewinnen und Einwanderer werden wir verlieren. Mit diesem enttäuschten Statement ist Spitzenfußballer Mesut Özil letzte Woche von der DFB-Elf zurückgetreten. Einer seiner Beweggründe? Rassismus. In Deutschland haben wir ein zunehmendes Problem mit Fremdenfeindlichkeit. Jetzt muss es nur noch jemand sagen. Alles begann mit einem Foto. Vor zwei Monaten hatte sich Özil zusammen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Wahlkampfzeiten ablichten lassen. Das war zugegebenermaßen ziemlich ungeschickt. Aber jetzt mal im Ernst. Macht das Foto des türkischstämmigen Özil ihn zu einem schlechteren Fußballspieler? Oder noch besser, macht es ihn zu einem schlechteren Deutschen? Die öffentliche Ächtung ist ziemlich heuchlerisch. Macht man doch auch hierzulande ganz gerne Geschäfte mit den Türken. 2016 beispielsweise hat man die komplette Flüchtlingspolitik an die Türkei weitergereiht. Und auch hierzulande und anderswo in Europa lassen sich Politiker oder Persönlichkeiten aus der Kultur gern mal mit zwielichtigen Politikern ablichten, ohne dass ihnen danach direkt die Staatsbürgerschaft strittig gemacht wird. Viele Stimmen wurden nach dem englischen Tweet von Özil laut. Es sei ein fatales Signal an die Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, sagt zum Beispiel Grünen-Chef Robert Habeck. Und diese unterschwellige Fremdenfeindlichkeit hat von Rassismus-Vorschern bereits sogar einen Namen bekommen. Der Özil-Effekt. Die Frage ist, wie sind wir denn in diesem Schlamassel gelandet? 2006 zur WM haben wir doch noch ein deutsches Sommermärchen gefeiert. Hat Rassismus eventuell doch etwas mit Gewinnern und Verlierern zu tun? Scheinbar nicht, denn auch die Franzosen, die den Pokal dieses Jahr nach Frankreich nach Hause geholt haben, wurden während und nach der WM rassistisch angefeindet. Da war zu lesen beispielsweise, Afrika hätte die WM gewonnen. Und das nicht nur in rechtsextremen Tweets aus Polen und Italien, sondern auch auf der eigenen Timeline. Der schwedische Fußballer Jimmy Durmas wurde während der WM angefeindet und bedroht. Der einzige Unterschied, sein Team hat sich hinter ihn gestellt, sich solidarisch gezeigt und deutlich gemacht, dass Rassismus das allerletzte ist. Aktionen wie die aus Schweden sind aber leider relativ selten. In Deutschland hat sich jetzt der DFB-Chef doch noch durchgerungen zu einem Statement, aber ansonsten gilt eher flächendeckendes Schweigen. Nur die sowieso immer lauten, von rechts bringen die immer gleichen Hassparolen. Diet Bannon affirms. Gewinner, Verlierer, das ist eigentlich ziemlich egal, aber wann merken wir endlich, dass es ein latentes Rassismusproblem gibt und Klappe halten keine Haltung sein kann?